In der Bundesliga geht es um Punkte, Zweikämpfe, Tore. Für Gladbach geht es beim Spiel gegen den BVB, aber vor allem um Solidarität und Empathie. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl appelliert deshalb an die eigenen Fans. Ich hoffe auch, und das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn wir auch Dortmund nicht im Spiel beklatschen, aber wenn die Dortmunder Spieler zum Aufwärmen rauskommen, ihnen auch den Respekt gegenüberbringen, den sie verdient haben. Denn diese Leistung vor zehn Tagen, in Anführungsstrichen Leistung, sich diesem Terroranschlag ein Stück weit zu widersetzen und trotzdem einen Tag später zu spielen mit aller Schwere, aller psychischen Probleme, die die Jungs ja auch wirklich beschreiben heutzutage. Aber dass sie für uns, damit meine ich für uns die Gesellschaft, eingetreten sind und gesagt haben, nein, wir spielen dieses Spiel, wir wollen uns davon nicht beeinträchtigen lassen, das verdient größten Respekt von uns als Verantwortlichen, aber ich hoffe auch, und das wünsche ich mir auch von den Leuten, die am Samstag im Stadion sein werden, wenn die Dortmunder Spieler rauskommen. Gespielt werden muss aber trotzdem. Für die Gladbacher geht es um nicht weniger als die Teilnahme an der Europa League. Und von der trennen sie aktuell nur noch zwei Zähler. Dortmund, nach dem Aus in der Champions League niedergeschlagen. Doch davon möchte Dieter Hecking nichts wissen. Also ich finde nicht, dass sie einen angeschlagenen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, dass sie einfach in der Bundesliga gegen Frankfurt richtig gut gespielt haben. Das haben sie mehr als verdient gewonnen, dieses Spiel. Die beiden Champions League Spiele standen natürlich unter keinem glücklichen Stern für die Borussia. Ich glaube, dass sie nicht mehr als ein